Hey Internet und YouTube zurück bei Happy Wheels. Wir grab him from the back. Wir grab him from the back. Klingt gut. Okay. Was ist das, ein Wolfs... Junge? Was zum Henker... Ist das ein Bart? Haar? Was? Oh! Ich hab da einen... Mir geht's relativ gut. Mir geht's... Den Umständen entsprechen, aber ich hätte ihn gerne mitgenommen. Ups! Ah, ich hab ihn! Jetzt! Jawoll! Na gut, wenigstens ist er mit mir draufgegangen. Together forever and ever. Was war jetzt? Oh, ich bin immer der Mr. Pogo! Oh! Aha! Oh no! Was ist das? Mein Kopf? So, der ist noch etwas losgelöst. Sonst ist eigentlich alles... Sieht doch gut aus, oder? Eine Giraffe? Haben wir eine Giraffe? Haben wir eine Giraffe? Außerdem kann ich besser dann um die Ecken sehen. Und ich habe gewonnen! Wunderbar! Die Musik fällt, aber... Ein Bug! Ich habe ganz eindeutig gewonnen! Ähm... Ich komme nicht mal hier rüber! Ich komme nicht mal hier rüber! Was ist denn jetzt? Ouchi! Das war... Das tat weh! Habe ich hier ein Stück Po verloren? Ich weiß nicht, was das war. Hoffentlich nichts anderes. Okay. Spring hier rüber! Nicely done! I know! So! Saltoeinlage! Angeber! Zurück das Ganze, damit es ein bisschen schwieriger wird noch! Jetzt wieder nach vorn! Noch ein Stückchen nach vorn! Ja, sag einmal! Habe ich hier... Ah, ah, ah! Ausgetrickst! Komm schon! Great! Komm schon! Das muss doch... Okay! Ich mag nicht mehr! Pogger, Pogger, Pogger! Wir wissen alle, dass ich Chuck Norris bin! Ich bin der Vater von Chuck! Was, really? Oh, ja! Da wird mir schlecht! So viele Farben! Ne, eigentlich will ich sie nochmal nehmen! Das war ja ganz schlecht! Moment! Ich glaube, jetzt habe ich sie draußen! Ja! Perfekt! Perfekt! Oh! 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 I did it! Endlich! Endlich habe ich dieses Ding hier! Ich bin so gut! Und das war die Mama von Chuck! Das war die Mama von Chuck! Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Papier-Mami-Chuck, Chuck gezeugt haben! Das muss ja... Chucktastisch! Chat-Wall-Challenge! Moment, das kenne ich! Aber... Diesmal schaffe ich es! Vorsicht! Nochmal! Perfekt! Unglaublich! Unglaubliche Szenenspiel! Sicher, meine Damen und Herren! Verrückt! Verrückt! Wie... Gut! Dieser Profi ist... Moment, Moment! Stopp, stopp, stopp! Nein! Mir geht's gut! Mir... ...geht's gut! Mir geht's gut- Oh, okay! Okay! Nein! Nein, 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 nein! Das sind nur die Hände! Yes! I did it again! Oops! I did it again! Ein Gewinner-Typ! Double Sword Throw Okay, hit your evil brother Okay, gut Ja, so nicht, mein Freund Dass ich diese Ja, ich hab's Das war ja wohl peinlich Das ist unfassbar 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 Dieses Jetzt Jawohl, perfekt Perfekt Ähm Hit the red button Okay Easy 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 Oh no, fast Easy Komm schon, komm schon No, ich hab nur noch einen Komm schon Fast No Und jetzt Oh no Ich will den red button drücken Komm schon Oh, weißt du was Dieses Sword Throw macht mich aggressiv Ich spür's schon Kaff ich mir gleich ein echtes Schwert Und Schneide damit Melonen Race Challenge Oh, das Pärchen Okay, go Sieht gut aus bis jetzt Keine Panik Oh, niemand ist geköpft worden Wir sind überrascht Oh, ein bisschen enttäuscht Das gebe ich zu Wie wird das immer gemeinsam Und so Oh, wow Vorsicht Easy Bis jetzt Noch ist niemand ums Leben gekommen Das sind noch eindeutig die Einkaufstüten der Lady, oder? Warte Perfekt Und nicht ein Tropfen Blut wurde vergossen, YouTube Nicht ein Tropfen Happy Wheels Online Sehr witzig Hey What the Entschuldigung Das nennt man die Konkurrenz Ausschalten Im wahrsten Sinne des Wortes Schon wieder ein Facemaken Lots new features Okay Machen wir ein neues Gesicht Ein noch schöneres Werdet ihr euch fragen Ja Das ist kaum möglich Aber Okay Warte Vorsicht Vorsicht Ja, super Gesicht ist jetzt das wenigste Meine Sorgen Du Achso Hier ist dann Oh, wunderbar Oh, mit Zapfchen Oh, was nämlich Wunderschön Oh, jetzt so viele Augen Ja gut Ja toll Also jetzt kostet mein Fuß Nicht mehr dabei Oh, sehr witzig Sag jetzt nicht, du steckst hier drin fest Das war dann flippig aus Das ist doch jetzt ein Witz Oh, no Also das ist doch unfair Das ist doch Okay Das hätte nicht sein sollen Das Model Okay Blut 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 Bottle run Come on Come on Aber gut Aber gut Aber gut Okay, wir gehen gleich zu einem Arzt Der kann hier nichts mehr richten Aber hey Superman Yeah Mir geht's gut Noch immer Ich bin überrascht Okay, der Schluss war Ja gut Die Landung Muss man sich ein bisschen Ausdenken Wenn man Superman ist What the hell Perfekt 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 Das ist alles perfekt Okay, das war zu gut Ich war so gut Ich hab das ganze Spiel Fast Ich hab's gecrasht Spinning Glassbreak Das klingt gut Das ist Spinning Glassbreak Challenge Try to get to the easy finish Easy is good Ich bin genau der richtige Mann Für easy Perfekt Das gibt nur Kopfschmerzen Aber sonst nichts Ja Pui Zieh Bum Beizie Der Einkaufswagen Hält alles ab Das ist überhaupt kein Problem Na komm Na komm Komm hier rauf Beschleunige Ist das hier Gedärm Gedämmt Ups In meinem Einkaufswagen Okay, jetzt Wow Zieh Mir geht's noch immer gut Noch immer perfekt Komm noch immer zum Komm Noch Hier ist das Ziel Mach jetzt Das kann nicht sein Ich seh die Flagge Ich seh die Flagge Ich seh die Flagge Jetzt nicht mehr Das war fies Mothertrucker Okay Let's do this Mothertrucker So will ich Space To Ab Geh mal auf Gas und töte Explosions Explosions Zurück Oh komm komm Danke Nicht mehr Sehr gut Niemand Braucht nen Führer Einfach Oh nein Okay Lass er nicht aufgeräumt Per Wunderschön Kann man gleich ne neue Filiale Sondern eröffnen Ninja Knife Throwing I think that's it Oh no Ich bin der Beste Ich weiß Dass ich der Beste bin Na ist aber ne Axt Ich flipp aus Ich versteh nicht Warum es diese Level überhaupt gibt Wenn die genau wissen Dass ich gar nichts treffe damit Aha Wunderschön Wunderschön Kommt nach vorne Knie Kniet da wohl noch nieder Der Idiot Okay Konzentration Letzter Versuch Pro Nice Gut Okay Irgendeine muss ich erwischen Oder Außer mich meine ich jetzt Okay Das habe ich jetzt wieder Weggeschoben Yes Denn ja komm Aber Also Als wenn das hier gleich so Das war doch Minimal Das ist doch ein Witz Hier kaum berührt Die Axt Und schon steckt sie Mittendrin Also Das ist total unfair Alright Äh Und go Oh Das sieht gefährlich aus Perfekt Mach das nicht nach Mit dem Skateboard Nur mit dem Fahrrad Und mit dem Kind hinten dran Dann auf YouTube stehen Auf meinem Umfall Dann haben wir ein Problem King Das bin ich War was Ich hatte nie ein Kind dabei Oder Wir sehen uns im Nächsten Part Wieder Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüss